Moin mein Freund oder Freundin, ich bin Yannick von YouTube und willkommen auf Priceless, meinem neuen Let's Play Kanal und zwar, ja, wie ich es gerade gesagt habe, ich habe ein bisschen gespoilert, ich mache Let's Plays. Ich habe schon vier Jahre zuvor Let's Plays gemacht, aber damals war ich zwölf, beziehungsweise 13 ungefähr und da hat mich kein Schwein ernst genommen, denn war man nicht ein Stimmbruch und dann hatte ich eine echt scheiß Qualität, aber nun bin ich 17 und ich habe Bock. Auf meinem Hauptkanal, deswegen, weil ich gerade da 900 Abonnenten habe, mache ich Sketche, Follow-me-Rounds, Vlogs und all das coole Zeug, was ich eigentlich mit dieser Kamera da aufnehme und all hier drauf nehme ich quasi Spiele auf, voraussichtlich. Und falls du dich für ein Spiel interessierst und dich ein bisschen mit meiner Art angefreundet hast, gerade in diesem Moment mit meiner wunderbaren Stimme, ein bisschen gruselig, oder? Dann kannst du ja diesen Kanal abonnieren und draufbleiben und so sehen, was passiert. Also, vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Spiel.